Grüßt euch, liebe FCA-Fans, zum heutigen Heimsieg gegen die Elche aus Hoffenheim. Falls einer von euch immer noch die unvorstellbare Bildungslücke haben sollt und nicht weiß, wo das Hoffenheim eigentlich liegt, da kann ich Abhilfe schaffen. Hoffenheim liegt in Baden. Jawohl. Und das trifft sie prima, weil Baden gehen wird unser heutiger Gegner bei uns auf alle Fälle. Ich hab zum Trost extra die schönste Badewanne mit medizinischem Fachpersonal organisiert, dann schmerzt die Niederlage nicht allzu sehr. Im Dialekt heißt Hoffenheim ja hoffe, aber da muss ich gleich dazu sagen, dass ihr euch heut hier fein nicht allzu viel erhoffen dürft, weil unser FCA der gewinnt heut mit 2 zu 1 und zack. Hoffenheim, ihr kommt gut wieder heim. Bis zum nächsten Mal. Pfiat zu euch. Servus. Tschüss. T Droge. Watchen. Wait nach. Jamal ja. Uns νts. spellulat Though von derт Wait der Beiraus Untertitelung des ZDF, 2020